Der SPD-Vorsitzende Walter Borjans hat Vorbehalte gegen einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2. Für Sanktionen wegen des Falls Nawalny gebe es viele Optionen, ein solcher... Der SPD-Vorsitzende Walter Borjans Der SPD-Vorsitzende Walter Borjans Die Witwe der Eros gehört, ist im ganzen Land als Anwältin des Rechts auf Privatsphäre bekannt. Sie hat auch mehr Geld als Gott. Und auf jeden Fall bessere Anwälte. Doch unter all dieser Besorgnis im Inneren des Gebäudes erlebe ich die nächste Überraschung. Ich hatte strenge FBI-Agents erwartet, die auf- und abschreiten und Kaffee trinken. Finde jedoch lediglich einen makellosen, cremefarbenen Teppichboden, eine funktionelle Einrichtung und gerahmte Aquarelle, die aussehen, als hätte man sie einer Hotelkette abgekauft. Das Gebäude kommt mir vor wie ein Musterhaus eines noch zu erschließenden Wohngebiets. Dr. Lenz, ruft eine Frauenstimme. Aus einem Aufgang, der zu den Schlafzimmern im ersten Stock führen muss, tritt eine Frau Ende 20. Sie hat... Sagt sie zu Lenz. Und der Typ von der technischen Forschungsabteilung ist oben im Gäste... Wir kommen wieder bei der Technischen Forschung. Der Typ von der Technischen Forschung. Die Wäste nochmals in der Technischen Forschung. Das ist die Frau Ende. Und der Typ von der Technischen Forschung. Das ist die Frau Ende. Herb ist eine Frau Ende. In der Technischen Forschung. Langs habe ich mal in! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.